Die Tore öffnen sich und wir können diese Tore betreten und ich hatte jetzt gerade so das Bild, wie wenn wir mit fünf Koffern unter dem Arm springen und an ein Ziel gelangen wollen, dann wird das ziemlich schwierig. Also lassen wir diese Koffer fallen. Alles, was wir da noch mit uns schleppen, können wir von uns abfallen lassen und das Tor betreten, eine wundervolle, klare Energie einen Schritt in eine andere Dimension und einen ganz grossen Schritt aus dem jetzigen Weltgeschehen heraus. Und einfach diese Energie wahrnehmen, sich hingeben, in diesem Fluss eins sein. Viele von uns spüren, dass ganz vieles in sich zerfällt, etwas Neues kommt. Das, was in sich zerfällt, können wir einfach stehen lassen. Und wenn wir das Gefühl haben, zwischen den Welten zu sein, das Neue ist noch nicht ganz greifbar, aber wir spüren es, dann fällt es uns manchmal auch schwer, im Vertrauen zu bleiben. Und wenn ich diesen Moment jetzt einfach zulasse, geniesse, mich freue, dann kann ich immer mehr in das Vertrauen eintauchen. Und dieses Vertrauen ist so wichtig, jetzt für uns alle, damit wir das Neue immer klarer, bewusster erkennen können. Ich bin jetzt in diesem Moment ganz bei mir, stehe in dieser Toröffnung und nehme diese wundervolle Energie in mir auf, mit Freude, Leichtigkeit. Ich blicke nicht zurück. Ich genieße jetzt diesen Moment. Und ich freue mich auf alles Neue, was in mein Leben kommt. Ich gebe mich ganz dem Fluss des Lebens hin. und spüre diese Energie. Und spüre, wie ich getragen werde. Getragen und wie ich gefühlt bin. Und wie ich gefühlt bin. Jetzt, in diesem Moment. Und immer mehr vertraue ich meiner Intuition. Ich bin gefühlt in Verbindung, zu mir selbst. Zu mir selbst. Mein Herz. Mein höheres Selbst. Ich spüre diese Verbindung und freue mich. dass ich mich dass ich so getragen bin. Dass ich vertrauen kann. Dass ich vertrauen kann. Und in diesem Vertrauen fühle ich auch diese Freiheit. Und diese Weite in mir. Und diese Weite in mir. Ich freue mich, diese Verbindung, diese Einheit. Wahrzunehmen. Wahrzunehmen. Mein Körper. Mein Geist. Meine Seele. Eins mit allem verbunden. und gebe mich ganz dieser Energie hin. und gebe mich ganz dieser Energie hin. Und das ist die Einheit. das ist die Einheit. und ich freue mich. auf diesen Moment. Ich freue mich, frei zu sein. Und ich freue mich, die Schönheit des Lebens zu erkennen. Und gehe weiter mit dieser Klarheit meiner eigenen klaren Energie. Ich freue mich, ich freue mich,